als cool ich lieb' noch ich lieb' noch ich hab's gewählt schon nein funktioniert nicht Hallo, wie hieß es? Martin ist ein Traitor, Safe Call genau da ist er sich noch da steht Inno Send ich sag's nur schon mal dass sich dann irgendwer wundert muss ich dir Send und Inno sein stehen? Achso Geiß, jetzt bin ich in die Frasche reingefallen und kommt mir nicht mehr auf Irgendeine Shotgun übrig, ne ne? Nein, 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 nein Wab 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 Die Karte ist sehr behindertenfreundlich der muss man hier spielen Max Wab 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 Nein, komm Dennis verpasst ich Ich schau dir nicht Ja, okay Ich hab keinen Max gesehen Hast du nichts verpasst? Oh, los, er schießt auf mich Oh Oh Er ist down, glaub ich Ja, ich hab ihn erschossen Ich guck mal, ob er es war Ja, gut Er hat auf mich geballert, scheiß nicht Alter, diese Blöcke Nein, bin ich dumm? Der Deflinger bestimmt Warum? Hä? Da ist er Der Deflinger Hallo War weh Der Ding ist ja auch direkt umgefallen Achten mal da auf dem Platz Ja, Nikolas ist safe Da ist ja wahrscheinlich dann der Unapro der Deflinger Ja, wo ist seine Leiche? Die ist abkommen wieder Also sie ist weg Ja, dann bist du es auch noch Ich weiß doch nicht, wer da gerade gefragt hat Aber Wie nach hier? Wo bist du hin? Nikolas down Oder? Warte mal Nein, der ist nicht Nikolas nicht down Oder ist down Ja, das ist Ich weiß dich Alter, bist du dumm? Ich weiß dich, ich habe einen Traitor gemacht Du bist es doch, ja Der Dings hier ist Ja genau, er schießt mich an Wo ist der Max? Der redet überhaupt nicht mehr No Scope, komm No Scope only Okay Max? Was? Gibt's hier im Wunker? Ja, der, der, der Gamepad Hero hier Der Pinkster Ich habe hier Patron Alter Ich habe hier ESL Gameplay Nein Alter, ich habe übel kalte Hände Das ist meine Ausrede Ah ja Alter Das Ding ist Ich gucke so Mit der Sniper um die Ecke Auf einmal kam der Der Stahl Ich war Ich bin in diesem Netherrackhaus gewesen Habe gegen die Scheiben geschossen Weil ich gedacht habe Ja, probiert jetzt mal Ob man die Scheiben erschießen kann Auf einmal kam Dennis Hedgehog Hat mich einfach mal Fett weggemacht, Alter Das Ding ist Ich habe halt immer nur Ich mit der Sniper umgelaufen Habe gesagt Boah, das ist wieder ein Kopf Kann ich ein Hedgehog geben Das war immer nur Dennis Kopf Ja, ich habe auch so viele Köpfe gesehen Aber ich habe mich einfach nicht getraut Halt abzudrücken Zum Glück Ich habe nur deinen Kopf gesehen Das habe ich aufgeregt Ich ist ein bisschen schüch Niko Alter, Niko verpisst dich einfach Du Du hast doch hier die Shotgun in der Hand Ich habe den Shotgun Ja eben Du hockst hier oben mit der Sniper Und ich hinter dir mit der Shotgun Aber wir trennen uns jetzt Fick dich Fick dich Fick dich Nein Soll Da kam der Diegel-Clicker Da kam der Diegel-Clicker So ein Bastard Ich weiß nicht wie er es gemacht hat Aber er hat mich getötet Warum Ah, da war der Death Ringer Da habe ich ihn auch gehört Leuuuut Die Klasse sitzt Er hat einfach mega die fette Disco geschmissen Junge Aber volle Möhre Das ist ein super Disco Der war aber Ja Dann komm zu mir Dann schließe ich dich auch an Dann glaube ich dir Lol Du kleine Du kleine Bildschung Oh Fick Ah nein Ey Dennis hast du mir den Diegel-Clicker kriegt ey Ich konnte mich einfach nicht mehr bewegen Richtig Richtig Räudig Boah Ich wollte er guckt dazu hoch Und kriegt einfach den Klick Was ist eigentlich mit den Affen Hier Ich such die ganze Zeit den Ausgang Aber ich find hier nur den Ausgang zur Terrasse Ach ne hier geht's raus Ah Ach so Richtig Richtig Ja ist alles cool Darf ich Nikolaus machen? Wer ist dafür? Ja Lass einer drauf Läupt Läupt Boah was bist du denn für ein Idiot alter Ich bin wieder geflogen alter So ein Lappen dieser Junde ne Wann hast du überhaupt gelernt ey Wie komm ich denn hier wieder runter? Der Typ der Marvin heißt Nein ich schieß gar nicht Ich will auf zu lügen Scheiße Marvin Wo bin ich denn jetzt ey? Ich find hier neue Wege die ich noch gar nicht kenne D D D D D D Alter D Ich kann so Stein Ich war beschossen D 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 das ist ein Hass, was ich hier geschickt habe, dann schießt du einmal ist das so ein Arschloch, Alter ist das mein Penner? ich kann dich gar nicht hier rutschütteln, Alter da, da, Niklas, oh Gott, hey, hey oh Marvin? warst du das? Marvin, was hast du getan? ich bin es nicht ich wollte sie nur ausprobieren was habe ich getan? ich schwöre Niklas, ich bin es die 100 Euro oh, Leute, das sind mal Traitor ich hab das denn gekillt Niklas, die Flasche, die ich hier abholte, hab ich sprühe, dass ich ihn nur wende Marvin, ihr sitzt ja, weißt du, wenn das schon so losgeht, dass er einfach gerandomkillt wird das Ding ist die Wut von Niklas Niklas, die blöde Wichsau, Alter